Kurz informiert bei heise online mit der synthetischen Stimme von Isabel Grünewald. Ursprünglich ging es um einen Fall aus dem Jahr 2018, bei dem die Postpolizei Standortdaten von Google angefordert hatte, um einen Überfall auf einen Lastwagen der US-Post aufzuklären. Aufgrund eines widersprüchlichen Urteils könnte der Fall noch vor dem Supreme Court landen. Der Anführer einer cyberkriminellen Bande, die mit dem Exploit-Kit Engler, Computer und Mobilgeräte für Ransomware-Erpressungen missbraucht hat, wird nun in den USA angeklagt. Maxim S. wurde letztes Jahr in Spanien festgenommen und ist nun von Polen in die Vereinigten Staaten ausgeliefert worden. Ihm droht eine langjährige Haftstrafe wegen Überweisungs- und Computerbetrug sowie Identitätsdiebstahl. Ein Sicherheitsforscher von SafeBreach hat ein Tool namens Windows Downdate entwickelt. Damit kann er die Update-Funktion unter Windows 10, 11 und den Server-Varianten dazu missbrauchen, um alte und damit verwundbare Vorgängerversionen sämtlicher Windows-Komponenten zu installieren. Der Forscher hat die Schwachstelle im Februar an Microsoft gemeldet. Derzeit gibt es noch keine Sicherheitsupdates, die die Schwachstelle komplett schließen. Google hat angekündigt, dass sein neuer KI-Assistent Gemini in Android- und iOS-Geräte einziehen wird. Er soll Smartphones zu leistungsstarken KI-Assistenten machen und ist mit einer Live-Funktion ausgestattet, die verbesserte Kommunikation in Echtzeit ermöglicht. Allerdings ist diese Funktion zunächst nur mit einem kostenpflichtigen Advanced-Abonnement verfügbar und lediglich in englischer Sprache erhältlich. Gemini kann auf das zugreifen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, und kann mit weiteren Apps und Diensten von Google verknüpft werden. Der deutsche Markt für Videospiele ist im ersten Halbjahr nach jahrelangem Wachstum geschrumpft. Mit Videospielen und zugehöriger Hardware wurden von Januar bis Juni etwas weniger als 4,5 Milliarden Euro umgesetzt, was einem Minus von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Branchenverband Game sieht einen Grund für den Rückgang in ausbleibenden Blockbuster-Releases. Trotzdem bleibt die Prognose für die Zukunft positiv, insbesondere aufgrund der bevorstehenden Gamescom, die am 20. August in Köln eröffnet wird. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de